Die Fondsbranche befindet sich im Umschwung. Immer mehr Menschen shiften ihr Portfolio von aktiv gemanagten Fonds, in die man in der Vergangenheit investiert hat, mehr und mehr in passive, deutlich kostengünstigere ETFs. Die Vorteile von ETFs gegenüber klassischen Fonds haben wir schon häufiger hervorgehoben, aber wir haben noch nicht konkret nachgerechnet, wie der Kostenunterschied sich bei der Geldanlage jetzt auswirkt. Deswegen schauen wir uns jetzt mal einen sehr, sehr großen, aktiv gemanagten Publikumsfonds an, vergleichen den mit einem ETF und das mithilfe eines Rechners, den wir extra für euch gebaut haben, dass ihr auch in Zukunft immer jeden beliebigen Fonds mit jedem beliebigen ETF vergleichen könnt. Viel Spaß beim Video! Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und heute vergleichen wir mal einen aktiven Fonds mit einem ETF aus Kostensicht. Wir haben uns einmal ein echtes deutsches Dickschiff herausgesucht, nämlich den DWS Vermögensbildungsfonds I, einer der größten aktiv gemanagten Fonds im Portfolio der DWS, dem größten Asset Manager in Deutschland. Der Fonds umfasst stolze 8,9 Milliarden Euro, die derzeit dort investiert sind, zum Stand Ende Oktober 2020. Die DWS ist ein Asset Manager, der zur Deutschen Bank gehört und die Produkte der DWS werden zunächst einmal über die Deutsche Bank, über die Postbank, aber auch ganz viele andere Banken und Finanzdienstleister vertrieben. Den Vermögensbildungsfonds I kann man deswegen über fast jede Bankfiliale bekommen und auch viele Lebensversicherer bieten es an, das Geld, was ihr in eure fondsgebundene Lebensversicherung investiert, ebenfalls in den DWS Vermögensbildungsfonds I zu investieren. Der durchaus üppige Ausgabeaufschlag von 5% ist hierbei eine willkommene Provision für jegliche Vertriebsstruktur. Denn in der Regel wird der Ausgabeaufschlag von der Bank oder dem vertreibenden Institut einbehalten, welcher den Fonds verkauft hat. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass wenn ihr einmal 100 Euro in diesen Fonds investiert, kommen im Endeffekt erst einmal nur 95 an, denn es werden 5% Kosten, der sogenannte Ausgabeaufschlag, einmalig abgezogen. Investiert ihr dann nochmal eine Tranche, also nochmal 100 Euro, werden auch hier von nochmal 5% abgezogen. Hinzu kommen dann die Verwaltungskosten, aber das schauen wir uns doch am besten jetzt mal in einem Screen-Tutorial direkt selbst an, wie dieser Fonds strukturiert ist und was da so drin ist und welche Kosten es gibt. Wir befinden uns hier auf der Webseite der DWS und sind hier auch schon mal in der Übersicht des DWS Vermögensbildungsfonds I. Hier sehen wir nochmal alle Informationen zum entsprechenden Fonds. Dazu zählt zum Beispiel der aktuelle Kurs. Hier sehen wir das Fondsvermögen, also 8.879 Millionen, also gerundet 8,9 Milliarden Euro, also ein wirklich großer Fonds mit einem hohen Fondsvolumen. Hier sehen wir auch nochmal die Anteilsklasse, die Kategorie, also es ist ein 100%iger Aktienfonds. Währung ist Euro und hier sehen wir nochmal die Risikoklasse. Scrollen wir etwas weiter runter, sehen wir auch die Benchmark, also den Index, mit dem dieser Fonds sich vergleichen möchte. Und das ist hier der MSCI World und zwar die spezielle Variante TR Net Euro. Den MSCI World gibt es ja in verschiedenen Varianten, entweder bezieht man die Dividendenzahlung mit ein oder man bezieht sie nicht mit ein. Und dann bei der Dividendenzahlung kann man dann noch entscheiden, ob hier Quellsteuer mit berücksichtigt wird oder nicht. Hier bei TR, das ist Total Return, das hier ist also die MSCI World Variante, wo die Dividenden mit berücksichtigt werden. Hier sehen wir auch den Namen des Fondsmanager, das ist André Köttner, sowie weitere Informationen, wie zum Beispiel das Morningstar Rating, die Kategorie, also ein globaler Aktienfonds, Anlageprofil, wachstumsorientiert. Schauen wir uns jetzt einmal die Wertentwicklung des Fonds an, da können wir hier einfach auf Wertentwicklung klicken und sehen hier auch schon in blau den Fonds dargestellt und die Benchmark MSCI World TR Net in gestrichelter grüner Linie. Das Ganze ist jetzt hier auf ein Jahr gezeigt, wo der Fonds hier besser performt hat. Die Daten des MSCI World sind noch nicht hinterlegt für die letzten Tage, das wird vermutlich jetzt noch ergänzt werden. Hier sehen wir also, wenn wir uns jetzt die Wertentwicklung anschauen, zu dem Zeitpunkt, wo beide noch zur Verfügung standen, sehen wir, dass die Wertentwicklung des Fonds 5,06% waren in einem Jahr und die Wertentwicklung der Benchmark deutlich geringer, nämlich 1,59%. Schauen wir uns das Ganze mal auf einen längeren Zeitraum an, zum Beispiel auf drei Jahre, sehen wir hier schon, dass das Bild relativ ähnlich ist. Auch hier hat der Fonds etwas besser performt als seine Benchmark, nämlich die grüne Linie liegt gerade in der letzten Zeit etwas unter der blauen Linie. Die Wertentwicklung des Fonds war 21,5%, während die Benchmark, also der MSCI World, 20,3% gemacht hat. Auf fünf Jahre Sicht sieht das Bild ähnlich aus, auf zehn Jahre Sicht ändert sich das Ganze. Hier sehen wir, dass die Benchmark besser performt hat, also der MSCI World. Schauen wir uns den letzten Stand an, hat der MSCI World 186% plus gemacht, wohingegen der DWS Vermögensbildungsfonds I 136% gemacht hat. Auf 20 Jahre Sicht ist es ebenfalls so, dass die Benchmark leicht besser performt hat. Was sich aber in allen Zeitfenstern gut sehen lässt, ist, dass sowohl der Fonds als auch die Benchmark sehr nah beieinander laufen. Die Kursverläufe sind hier fast schon so parallel wie ein Index und sein ETF. Das bedeutet, der Vermögensbildungsfonds I bildet seine Benchmark schon sehr nah ab. Schauen wir uns jetzt nach der Wertentwicklung einmal die Fondsfakten an, also einen kleinen Blick ins Factsheet oder einfach hier direkt mit einem Klick auf Fondsfakten. Hier sehen wir auch direkt auf der Kostenseite, was wir hierfür bezahlen müssen. Hier sind die angesprochenen 5% Ausgabeaufschlag. Das ist das, was man bezahlt, quasi so als Eintrittsgeld. Ich möchte 100.000 Euro anlegen, dann kostet mich das zunächst einmal 5.000 Euro an Ausgabeaufschlag. Hinzu kommen Kostenpauschalen, das kann man quasi übersetzen wie das TER von ETFs. Diese sind pro Jahr 1,45%. Eine Erfolgsvergütung gibt es hier nicht und somit summieren sich die laufenden Kosten auf die genannten 1,45% pro Jahr. So, jetzt wo wir uns den Fonds einmal genauer angeschaut haben, der jetzt nicht sehr stark von seiner Benchmark, also dem MSCI World abgeglichen ist, suchen wir uns mal einen passenden ETF heraus, um die beiden von den Kostengesichtspunkten her miteinander zu vergleichen. Denn auch der ETF weicht sehr wenig von seiner Benchmark, also von seinem Index ab, denn genau das ist ja das Ziel des ETFs. Wogegen das Ziel des aktiven Fonds eigentlich ist, seine Benchmark, also seinen Index zu schlagen, also mehr Performance zu erwirtschaften. Das hat jetzt im Einjahreszeitraum funktioniert, wie wir gesehen haben, im Dreijahreszeitraum auch ein wenig, aber auf 10 und 20 Jahre nicht mehr. Den ETF, den wir uns zum Vergleich herangezogen haben, ist der HSBC MSCI World ETF. Das ist ein großer ETF, der ebenfalls ausschüttend ist, wie der Vermögensbildungsfonds I. Deswegen schauen wir uns hier einmal ganz kurz die Fakten an. Am einfachsten geht das Ganze natürlich im ETF Factsheet. Hier haben wir direkt alle Informationen noch einmal aufgestellt. In diesem Fonds sind deutlich weniger als im Vermögensbildungsfonds I drin, nämlich 1,8 Milliarden US-Dollar. Der Fonds ist ein physischer Replizierer und was uns besonders interessiert, sind natürlich die Kosten. Und die liegen hier laufende Kosten bei 0,15 Prozent pro Jahr. Mit einem kleinen Blick auf die Grafik hier sehen wir auch, dass der ETF seinen Index eigentlich ziemlich präzise nachbildet. Auch hier kann man sehen, dass die Abweichungen relativ minimal sind zwischen dem MSCI World und diesem ETF. Einen Ausgabeaufschlag bezahlt man bei ETFs nicht, denn ETFs werden direkt über die Börse gekauft. Das heißt, hier fallen Transaktionskosten an der Börse an, die in der Regel deutlich unter 5 Prozent liegen. Gut, jetzt wo wir die Kosten haben, können wir jetzt einmal in unseren ETF- und Fondskostenvergleich reinschauen, um die beiden Produkte miteinander zu vergleichen, um mal zu schauen, wie groß denn der Renditeunterschied ist und wie viel mich das in harten Euros jedes Jahr kostet. Im ersten Feld müssen wir zunächst einmal eingeben, wie viel Geld wir denn anlegen möchten, dass wir also wissen, auf welchen Betrag sich die Kosten denn beziehen. Bleiben wir einmal hier bei den 50.000 Euro. Die Anlagelaufzeit sind 10 Jahre und gehen wir mal von einer erwarteten Rendite vor Steuern von 7 Prozent aus. Hier können wir noch die steuerlichen Aspekte mit einbeziehen, was wir jetzt im ersten Schritt einmal nicht machen werden. Und dann kommen hier auch schon die Fragen zum ETF. Hier könnt ihr die Ordergebühren in Prozent oder in Euro angeben. Sagen wir einmal hier, dass hier keine Ordergebühren sind, weil es diesen ETF bei vielen Brokern auch kostenlos besparbar gibt. Alternativ könnt ihr hier zum Beispiel auch 1,50 Euro pro Order angeben oder auch hier einen prozentualen Wert. Die Verwaltungsgebühren, also das TER, liegen bei 0,15 Prozent. Schauen wir uns jetzt einmal die Fondaten an. Hier fällt ein Ausgabeaufschlag von 5 Prozent an, das ist hier schon eingegeben. Und die Verwaltungsgebühren belaufen sich auf 1,45 Prozent pro Jahr. Kommen wir jetzt hier etwas weiter runter, können wir auf Berechnen klicken und sehen direkt den Unterschied. Insgesamt wird sich das Kapital, also die 50.000 Euro, über 10 Jahre zu 7 Prozent angelegt, zu 98.000 Euro weiter wachsen. Beim ETF fallen hier über die Gesamtlaufzeit 1.300 Euro an Kosten an und beim Investmentfonds 16.800 Euro. Das bedeutet, den Kostenunterschied zwischen den beiden sehen wir schon hier. Dieser beträgt nämlich 15.400 Euro, die der ETF in diesem Fall weniger kostet. Der Renditeunterschied beläuft sich also auf 1,8 Prozent pro Jahr. Das bedeutet, obwohl beide sehr nah am Index drankleben, stelle ich mich mit dem Investmentfonds schlechter, denn dieser kostet mich deutlich mehr pro Jahr und auch in der Anschaffung mit 5 Prozent Ausgabeaufschlag. Jetzt gibt es zu Recht sicherlich den Einwand eurerseits, dass man Investmentfonds auch über die Börse kaufen kann und dann keinen Ausgabeaufschlag bezahlt. Die größten Vertriebswege über diesen Fonds laufen in der Regel nicht über die Börse, aber der Fairness halber können wir hier auch gerne die 5 Prozent Ausgabeaufschlag durch Null ersetzen und dann einmal miteinander vergleichen und werden auch hier feststellen, dass der Fonds deutlich schlechter performt, einfach aus dem Hintergrund, dass er rund fast zehnmal teurer ist in der Verwaltung als der ETF. Der Unterschied liegt also hier bei 11.000 Euro und 1,3 Prozent Rendite pro Jahr. Rechnen wir das Ganze mal auf 20 Jahre hoch, also einen deutlich längeren Zeitraum, kommen wir hier auf einen noch eklatanteren Unterschied. Der ETF kostet mich über die gesamte Laufzeit 5.300 Euro, der Investmentfonds 46.200 Euro, das heißt hier liegt der Unterschied bei stolzen 40.000 Euro oder 1,3 Prozentpunkten pro Jahr. Das bedeutet, je länger der Zeitraum ist, desto stärker schlagen natürlich auch die Kosten beim Investmentfonds ein. Okay, das war auch schon unser kurzer Vergleich gewesen, mit dem wir einmal kurz nachgerechnet haben, wie sehr das Ganze denn ins Gewicht fällt, dass aktive Fonds echt teurer sind. Das ist zugegebenermaßen natürlich nur eine Seite der Medaille. Natürlich sollte man sich auch die Wertentwicklung, also die Performance anschauen, sowie die Volatilität, also das Risiko. Es kann natürlich sein, dass ein Investmentfonds deutlich weniger Risiko als der Gesamtmarkt fährt und dafür eventuell auch etwas weniger Rendite macht. Wie immer im Leben kommt es natürlich auf die individuellen Bedürfnisse an. Was aber die Wertentwicklung angeht, haben wir aber gesehen, dass dieser Vermögensbildungsfonds I sehr nah an seinem Index dran klebt und kein signifikantes Alpha, also keine signifikante Mehrrendite als der Index erzielt, was ja eigentlich die Aufgabe eines aktiven Fonds ist. Nichtsdestotrotz muss man aber auch sagen, dass er nicht signifikant schlechter gelaufen ist als seine Vergleichsbenchmark. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für euch gewesen. Wenn ja, gebt uns gerne einen Daumen hoch und schreibt uns unten in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen zu ETFs oder zu aktiv gemanagten Fonds habt oder möchtet, dass wir mal andere Fonds miteinander vergleichen oder mehr in die Tiefe gehen. Wenn du das erste Mal auf unserem Kanal bist, würden wir uns freuen, wenn du uns abonnieren würdest. Wir produzieren regelmäßig neue Videos und Tutorials zu den Themen Geldanlage, Anlagestrategie und Finanzprodukte, um dir die Welt der Finanzen verständlicher zu machen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.